Höre, glaube und lebe durch das inspirierte Wort Gottes. Herzlich Willkommen zur täglichen Andacht aus Maranatha, einem Andachtsbuch von Angie White. Die kommende Krise, 1. März O weh des Tages, denn der Tag des Herrn ist nahe und kommt wie ein Verderben vom Allmächtigen. Joel 1, Vers 15 Die Weissagungen, die der große Ich Bin in seinem Wort gegeben hat, verbinden sich miteinander zu einer Kette von Ereignissen, die von der vergangenen Ewigkeit bis zur kommenden Ewigkeit reicht. Und sie verraten uns, wo wir uns heute im Reigen der aufeinanderfolgenden Zeitalter befinden und was in der kommenden Zeit zu erwarten ist. Alles, was die profitierenden Ereignissen vorhergesagt hat, ist bis heute in den Geschichtsbüchern zu verfolgen und wir können sicher sein, dass sich auch das, was noch kommen soll, der Reihe nach erfüllen wird. Heute erklären uns die Zeichen der Zeit, dass wir an der Schwelle großer und ernster Ereignisse stehen. Unsere ganze Welt ist in Aufruhr. Vor unseren Augen erfüllen sich die Prophezeiungen des Heilands über die Ereignisse, die vor seiner Wiederkunft geschehen sollen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Matthäus 24, Vers 6 und 7 Die Gegenwart ist für alle Lebendigen außerordentlich interessant. Herrscher und Staatsmänner, Menschen in führenden Vertrauensstellungen, Menschen mit Autorität, denkende Menschen aller Klassen, beobachten die Ereignisse um uns her mit großer Aufmerksamkeit. Sie beobachten die Beziehungen zwischen den Völkern bestehen. Sie beobachten die Spannung, die von allen irdischen Elementen Besitz ergreift. Und sie erkennen, dass etwas Großes und Entscheidendes unmittelbar bevorsteht. Die Welt steht an der Schwelle einer enormen Krise. Die Bibel und nur die Bibel vermittelt eine richtige Schau dieser Dinge. Hier werden die großen Abschlussszenen der Geschichte unserer Welt offenbart. Der Schall ihres Herannahens lässt die Erde erzittern und die Menschen vergehen vor Furcht. Heute werden Menschen und Nationen mit dem Senkblei geprüft, dass der eine in der Hand hält, der keine Fehler macht. Alle entscheiden ihr endgültiges Geschick durch ihre eigene Wahl. Gott überwacht dies alles, damit seine Absichten erfüllt werden. Christen sollten sich auf das vorbereiten, was schon bald als gewaltige Überraschung über die Welt hereinbrechen wird. Sie sollten sich dadurch vorbereiten, dass sie das Wort Gottes eifrig studieren und sich bestreben, ihr Leben nach diesen Geboten auszurichten. Der Herr segne und behüte dich und gebe dir seinen Frieden. Bis zum nächsten Mal zur Andacht mit dem Thema Heilung für sündenkranke Herzen am 2. März. Heilung für sündenkranke Herzen